Frau Cryer? Problem ist, hier haben wir gar nichts. Und treffen werde ich den wahrscheinlich von hier auch nicht. Ich bräuchte aber Munition verflucht nochmal. Oder... Ich habe natürlich noch eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Pass mal auf. Vielleicht funktioniert das. Also, komm. Ja, komm ich zu denen dran. Ja, ja, da komm ich dran. Pass auf. Ha 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 ha. Ja. Ich habe es nur gedacht, dann machen wir es eben halt so. Sniperkewehrkugeln, jawoll. Perfekt. Okay, pass auf. Nein, da müssen wir anders rein. Die Tür ist nämlich dicht. So. Ah. 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 Du wartest, ja? Alles klar, komm. Jetzt seid ihr fällig. Wo seid ihr Penner? Okay, da ist Benzin. wasn't die. Entweder! Machina? Machina? Machina FX! Machina FX! Machina FX! Machina 그다음! iat Komm her. Na, ich mach mich doch langsam bach. So. So. Wunderbar. Ich werde aber wahrscheinlich gleich hier auf starken Widerstand treffen. Oh, kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Das kann es aber nicht gewesen sein. Na, Alter, da kommt er doch. Komm her. Jetzt haut er auf den Tett. Komm her. Du Lutscher. Komm her. Das ist doch ein Penner, oder? Komm her. Alter. Komm runter, du. Aua. Na, warte. Ich hole mich dir. Aua, Aua. Alter. Hör auf. Alter. Sag mal, bist du bekloppt? Ja, ja, komm. Ich trinke mal einen Schluck. Ach, halt die Klappe. Also, komm, hinterher. Komm. Na, komm. Nein. Deine schmeißen keiner, jeder. Na, komm her. Hallo. Na, komm. Na, komm. Komm jetzt her, Alter. Ich krieg dich. Au. Du Fäller. Komm her. Au. Sag mal. Alter, lässt du mich jetzt? Ich krieg dich schon noch. Komm her. Ach, der hat bloß noch einen Schlag gebraucht? Willst du mich verarschen? So ein blöder Kampf. Ah, lecker. So. Äh. Hier war doch noch was. Ne, das ist nur Feuer. Okay, dich hab ich. So ein Blödsinn da, die Leid hochzukommen. Ach Gott. Oh, ich glaub, wir sind hier aber noch nicht durch. Hier gibt's noch einiges. Das kann aber noch nicht irgendwie... alles gewesen sein. Hallo. Jemand zu Hause? Ach, guck an. Ah, hier ist Wasser. Huaha. Ja, mach voll die Buddel. Ist ja genug da. Höh. Was? Sturm? Sturm, zieht auf. Suche ein Unterschlupf. Na, scheiße. Nein. Bitte kein Sturm jetzt. Kacke. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, Sturm. Ja, ja, ist klar. Ja, ja, weiß ich doch Bescheid. Was wollen wir denn hier noch in dem Lager? Historisches Relikt. Viel Insignien. Und jede Menge Schrott. Hä? Wo ist denn der ganze Mist? Oh nein, jetzt kommt so ein Dreckssturm. Ey, ich pack's doch wieder nicht. Oh shit. Oh shit. Oh. Nein. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck, Alter. 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 Na, wo hängt denn der gute Karl dran? Huhuhu! Oh, ups! Hallo? Hahaha! Aua! Verflucht! Ist hier ne Tür? Hallo? Ah, puh! Oh, was für ein Sturm, Alter! Aua! Alter! Komm her! Ah! Hör Ruhe im Karton! Ein riesen Lager, ey! Ah, was? Hallo? Ich glaube, ich habe gel 철be! Na, komm her! Hör ihn hin! Alter! Oh Gott! Nein! Alter! Ist ja laut! Boah, das ist ein Megasturm, Alter Aua, das tat weh Hier ist laut Ich brauch irgendwie einen Kanister oder so Hallo Ach hier Hier kann ich nix machen, scheiße Kanister Was ist das? Was hat das jetzt gebracht? Fuck, ich seh nix Na toll, eine Signal Was ist das denn? Endlich Ruhe hier Nahrung wird nur im Tausch gegen Regierungsgutscheine abgegeben Backelt wird nicht akzeptiert Ach nee Alter, ist das ein Wind hier Hallo 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 Hört der auch mal auf, der Sturm? Alter 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 Was ist hier? Nix Ist der Sturm vorbei? Boah, ich glaub der Sturm ist vorbei Boah, alter Leute Ich sag's euch Was für ein Lärm Huch Was war das denn? Huh Ha Ha Ich dachte, der Sturm ist vorbei Ich brauche Ich brauche irgendwie Vielleicht Ölkanister Oder irgendwas Das wäre nämlich Echt eine schicke Sache Ah, was Was ist das denn jetzt? Was ist denn das? Nimm mal so ein Imaginärer Wind hier Mei, oh mei, oh mei So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, nimm mal doch mit Geil Jawoll So So, jetzt passt mal auf Anzünden und werfen Okay, ich geh mal weg Huh Ha Bam, alter Bam Jawoll So mag ich das Äh, Insignien? Fehlen mir noch drei Und drei Schrott Verdammt Was? Hier fehlt noch einiges Aha Okay Wart mal Also hier hab ich nicht Vielleicht zufällig Ach, hier ist nochmal so ein Tank Okay Okay, pass mal auf Das kann doch nicht sein Wir müssen doch irgendwo Okay, ich guck nochmal Ich bin ja eh auf dem Rückweg Kann ja sein, dass ich schon irgendwas hier übersehen hab, ne? Das war ja schließlich vorhin ziemlich windig Ähm, was ist das? Das ist nix Wir müssen ein bisschen Ausschau halten hier Hier drin vielleicht irgendwas, hä? Nee Nee Also irgendwo muss ja noch Schrott sein Ach, guck mal hier ist nochmal Wasser Können wir theoretisch nochmal auffüllen So Wunderbar Wir müssen gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo Nein So Insignien finden Die sind nämlich echt super mega geil versteckte Dinger, ey Und Schrott Und Schrott Muss auch noch irgendwo sein Nee, hier nicht Was ist das? Hier drin vielleicht Huch Tür ist offen Ach, guck an Ach, da ist auch noch so ein Genau Sehr schön Weg mit dem Dreck So Hallo Julia Gut Ähm Hä? Ähm Dann hätten wir das Wie sieht's aus? Was, ähm Zwei Schrott und zwei Insignien noch Okay Ach Nee Nee Hier nicht Okay Dann gehen wir da lang Hier war auch nix mehr Da hab ich auch vorhin nichts gesehen Da war so dermaßen ein Sturm Oh ne Scheiß Ach, guck mal hier Das ist Das hab ich zum Beispiel vorhin überhaupt nicht gesehen Aber hier ist irgendwie Nix Ich hätte jetzt gedacht, dass hier noch was ist, aber Irgendwie Nö Was ist das hier? Ah, warte mal Ich glaub hier war ich noch nicht Ey, ist aber stabil die Tür So, hallo Äh, auch nix Was? Hä? Doch hier Guck mal Ha Ha So, jetzt fällt noch ein Schrott Und zwei Insignien Kann das sein? Was ist das? Das ist gar nix Hier komm ich nicht hoch, ne? Okay Okay, das haben wir Da war nix Da war auch nix Na, da müssen wir schon ganz genau gucken Haben wir da nicht irgendwas übersehen? Äh, ich bin doch schon wieder draußen, oder? Was ist das hier? Nix Hä? Äh Äh Okay, warte mal Da muss unten noch was sein Da muss hier noch was sein Na, im Eifer des Gefechts kann man sowas dann schon mal übersehen So, vielleicht um die Ecke rum Hier zum Beispiel Hihihi Zack Na, also So, Schrott haben wir Jetzt wollen wir noch, äh Die blöden, äh Insignien Die werden wir doch jetzt wohl auch noch finden hier Oder nicht? Hä? Sind die echt so gut versteckt? Kann ja wohl nicht sein Seltsam, seltsam, seltsam Hm Irgendwo werden sie schon hängen Äh, hier kommen wir auch runter Interessant Was ist denn überhaupt hier drin? Komm, lass hier eine Insignie sein Hä? Doch, natürlich Zack Bist'n du für einer Hallo? Soll ich dich hier lösen? Ne, komm, ich lass dich nur ruh So, jetzt fällt dir eigentlich nur noch Eine Achso, das sind jetzt Leute von mir Ah, ich verstehe Natürlich, ein Lager von mir Servus Na? Was geht? Bei mir fällt trotzdem noch eine Insignie Hallo? Irgendwo muss die sein Hier ist noch ein Tank Alter Alter, wo ist die? Ah, hier oben vielleicht Warte mal Ah, hier ist Munition Das ist auch natürlich auch nicht schlecht Nehme mal mit Aber trotzdem Wo ist denn die? Hallo? Hä? Hier geht's jetzt nämlich raus Und hier ist Hier ist mal gar nichts Hätte ja sein können, dass hier was ist Ach, guck mal an Ach, geil Hä? Tor Ach, dann hätte ich das gar nicht aufbrechen müssen, oder was? Das ist natürlich auch geil Und außen Ey, das gibt's doch nicht Ich werde jetzt nur die blöde Insignie finden Hier Ein Insignie fehlt noch Wo soll die denn sein? Hä? Das hat ihn nicht gezeigt Verflucht Mist Wie kann man sowas übersehen? Das lässt mir jetzt aber keine Ruhe Echt wahr Hier muss ja irgendwo sein Haltet mal die Augen offen Vielleicht bin ich einfach nur zu blind Sicher, dass die nicht irgendwo hier hängt? Kann ja nicht sein Da irgendwo Nein Das ist ja doof Die kann natürlich auch ein bisschen höher liegen Dann muss ich die teilweise runterschießen Das kann natürlich auch sein, ja Na komm, ich gehe jetzt da noch einmal hoch Kann ja nicht sein Irgendwo ist die hier Hier vielleicht irgendwo Nein Verdammt Ja, verdammt nochmal Hier vielleicht irgendwo Die kann man doch nie übersehen, Leute Hier, nein Äh? Verdammt Hier? Ne, das sind einfach bloß irgendwelche Symbole Von hier bin ich gekommen Ja, ärgerlich Das ist jetzt echt ärgerlich Hier? Nein Die kann aber nicht so weit weg sein Das gibt's gar nicht Mach mich nicht fertig Da Da oben ist sie Mann Das gibt's doch nicht Na also Knochenbruch Abgeschlossen Jetzt gehört's aber mir komplett Ha Geile Sache So, ähm Wie komme ich denn jetzt Ja, warte mal Schnellreise gibt's doch, ne? Äh Schnellreise Ähm Wo Wo ist denn überhaupt hier mein Ähm Ähm Äh Ist das jetzt eigentlich alles mein Gebiet? Ja Vogelscheuche Das ist noch nicht alles meins, ne? Cheatsfestung Doch, das gehört zu uns Das ist ein rotes Gebiet Ah Okay Das ist, ähm Okay Alles klar Beobachter Ich geh jetzt erst nochmal zum Cheat Kann ich nicht, ähm Moment Schnellreise Ja Möchte ich Äh Äh Schnellreise Möchte ich wirklich, ja Ja, supi Perfekt Hat der jetzt gespeichert? Geile Sache So Hat der jetzt gespeichert? Warte mal Kann ich hier Ähm Hä? Kann man denn hier Ich hab keine Ahnung Irgendeine F-Taste Wo man speichern kann Oder so Keine Ahnung Wird schon passen Ja Ähm Ich würde sagen Das ist Schluss für heute Jetzt hab ich mal wieder Genug, äh Ja Naja, aufgenommen nicht Das war ja ein Livestream Und ich sage Vielen Dank fürs Zuschauen Und, äh Würde mich natürlich freuen Wenn ihr das nächste Mal Wieder einschaltet Wenn es dann heißt Hier Äh Let's live play Und Ja Und sage Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuschauen